Es war der ein oder andere Paukenschlag, den wir erlebt haben an der Börse, unter anderem beim DAX hier. Wir sehen, der hat heute Morgen mit einem Gap eröffnet. Klar, nach den Nachrichten, die wir gestern Abend ja mitgekriegt haben, war das nachvollziehbar im buchstäblichen Sinne, also im Nachhinein erkennbar, woran das liegt. Und dementsprechend die Börsen ja alle eingebrochen. Das ist nicht nur beim DAX so, aber fangen wir mit ihm mal an. Er ordentlich nach unten, aber wir sollten die Kirche auch im Dorf lassen. Wir haben seit Tagen darüber gesprochen, dass es sehr realistisch ist, dass das, was wir hier haben, eben sich mal so auch auflöst. Also bis dahin ist quasi nichts passiert. Ich weiß, einigen stehen die Schweißperlen ins Gesicht geschrieben und es gibt ja auch die eine oder andere Horrornachricht dazu. Ich will es gar nicht so sehr fundamental hier angehen an dieser Stelle. Aber natürlich die FED Minutes, das Protokoll zur FED-Eröffnung, zur FED-Sitzung, und das hat natürlich dazu beigetragen, zu zeigen, dass die FED jetzt ja auch in Zugzwang kommt und dementsprechend es eventuell noch mal böse wird. Und zwar nicht mal so sehr aufgrund von irgendwelchen Zinssteigerungen alleine oder, weil sie jetzt nicht mehr so viel Geld in den Markt pumpen, sondern die fast größere Gefahr ist, dass das gesamte Geld, was jetzt in den Markt reingepumpt wurde, im Quantitative Tightening, also in dem Zurückführen sozusagen, dann sich dann entlädt. Also es geht nicht nur darum, dass der Markt weniger frisches Geld kriegt, sondern dass sogar wieder das Ganze zurückgefahren wird. Und das kann natürlich eine Hiobsbotschaft sein. Im Moment ist allerdings die Reaktion noch, beim DAX zumindest mal, erstmal eine ganz normale. Also bitte, bitte vorsichtig sein, noch nicht in Panik oder Rage geraten. Wir haben im Großen noch viel Platz für richtig schlimme Nachrichten. Also das wäre noch locker möglich, dass der Kurs auch unter die 15.000 geht, ohne dass das übergeordnet bullische Bild kaputt geht. Also selbst Rücksetzer dieser Art sind da kein Thema. Jetzt weiß ich, dass es viele Kritiker gibt der Charttechnik, die sagen, naja, aber da sieht man doch mal wieder, dass es doch die Nachrichten sind. Naja, die Frage ist jetzt, wie reagieren die Menschen auf die Nachrichten? Und das, was bisher beim DAX, wir bleiben beim DAX im Moment, als Reaktion da war, scheint das die Marktteilnehmer nicht sonderlich zu stören. Ich weiß, das kommt vielen komisch vor, wenn man hier oben schon geträumt hat, Mensch, jetzt sind wir Zentimeter noch unter oder Millimeter noch unter dem Allzeithoch und jetzt wieder runter. Es ist aber ein ganz normales Prozedere, was wir haben. Jetzt wird sich entscheiden, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren. Wird es in irgendeiner Form so aussehen? Alternativ auch irgendwie anders korrektiv, dass man sieht, ja, siehst du, der Markt kommt runter. Ja, aber eben wackelig. Die Alternative wäre dazu etwa sowas. Und wenn es dann wackelig hochgeht, dann sollten die Alarmglocken läuten, denn dann geht das, was wir da vorne haben, wahrscheinlich nochmal so los. Und selbst das, auch wenn es dann bis 15.000 nochmal runterreichen würde, wäre im großen Bild überhaupt noch kein Drama für das richtig langfristige Bild. Also, eine gewisse Gefahr ist im Markt, deshalb rede ich immer gerne oder mahne ich zur Vorsicht. Deshalb lasse ich solche Zeichnungen wie diese auch mal hier gerne da unten stehen, dass man sich daran erinnert, vorsichtig, das ist immer noch möglich, auch wenn es auch immer noch nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, aber es ist zumindest absolut realistisch. Und deshalb für all diejenigen, die Trading-mäßig unterwegs sind, aber auch für die Investoren unter euch, die längerfristige Position haben, haltet das im Hinterkopf, das kann jederzeit passieren. Und Gründe haben wir von der FED jetzt ja aufgezeigt bekommen. Es ist also ohne weiteres möglich, dass das jetzt initiiert wird. Noch zeigen die Marktteilnehmer aber kein ernstes Interesse an der Bewegung. Das, was wir hier haben, ist alles noch billige, kleine Korrektur. Das Gleiche ist beim Dow Jones. Interessanterweise muss man dazu sagen, sowohl der DAX als auch der Dow Jones sind ja eher so die Blue Chips, also die Langeweile-Titel würden manche provokant sagen. Die sind weitaus weniger abhängig davon, was am Zinsmarkt passiert und dementsprechend ist das Bild hier auch relativ harmlos ausgefallen. Auch hier Rücksetzer, womit rechnen wir denn? Es ist doch klar, dass der Kurs hier irgendwie so in diesen mittleren Bereich wieder reinfallen kann. Idealerweise macht er das so und wenn er dann sowas triggert, alles super und dann sind wir wieder long mit dabei. Nur auch hier das nochmal eingezeichnet, wenn es dann irgendwie so aussieht, doof, nicht so toll. Zumindest mal zeitweise für Potenzial. Noch unten wäre das zumindest mal ein Anzeichen dafür. So, dann gucken wir doch mal die Krisenkinder an. Nämlich den S&P 500 und den Nasdaq. Fangen wir mit dem S&P an. Das ist ja so ein bisschen so eine Mischform. 500 große US-Aktien sind drin, aber recht stark gewichtet die ganzen Hightech-Titel. Die, die am meisten im Fokus stehen, wenn es um die Zinserhöhung geht, in der Krise zu sein. Also hohe Zinsen sind in der Regel für diese Techie, für die Growth-Titel nicht optimal, sagt man. Naja, das ist ja zumindest meine Aussage und offensichtlich scheinen die Marktteilnehmer das jüngst jetzt auch so zu sehen und verhalten sich entsprechend auf der Abwärtsseite. Hier, wenn wir uns das mal angucken, hier diese Bewegung. Ich mache mal meine Zeichnung weg. Dann sehen wir, wie das in etwa aussieht. So, höhenmäßig ist alles noch safe. Ist alles noch völlig, völlig unkritisch. Dass wir hier jetzt so stark runtergegangen sind. Dazu muss man vielleicht Folgendes sagen. Für die, die noch nicht so tief drin sind in der Materie. Es gibt etwas, das nennt man eine Seitwärtskorrektur. Die ist vorne wackelig. Das war der Teil. Die ist in der Mitte wackelig. Das war der Teil. Und hinten nochmal scharf. Hier oben haben wir ein anderes Lebendbeispiel. Das ist hier Corona-Krise. Hier, das ist der Corona-Crash. Aber seit 2018 ist diese Korrektur typischerweise. Ist beim DAX, beim Dow natürlich grundsätzlich ähnlich. Das gibt es natürlich nicht nur im Wochenchart. Das gibt es auch im kürzerfristigen Stichwort. Korrektur runter, Korrektur hoch. Impuls am Ende ist sogar nicht mal selten. Machen wir mal eine kleine Theorieeinheit da mit rein. Wenn wir mal angucken, in einer Impulsivbewegung, also eine Haupt-Trend-Richtung. Das ist ja das, was der Markt macht aktuell. Ja, langfristig geht es immer nach oben. Also scheint das ja sowas zu sein. Sind, wenn es Korrekturen. Korrekturen kommen nur in der zweiten und in der vierten Welle vor. Das ist klar. Inzwischen muss es ja auch mal in die richtige Richtung gehen. Deshalb muss das so immer abwechselnd passieren. Das ist ja logisch. Da sehen wir, dass es nicht selten solche Korrekturen gibt. Also wir sehen, dass das hier durchaus normal ist, dass ein Drittel der Korrekturen sogar so aussehen. Warum soll das jetzt in diesem Fall nicht so sein? Das heißt, bis zum aktuellen Zeitpunkt quasi, liebe Leute, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. So würde man in amerikanischen Movies das im Moment jetzt zeigen. Es ist nichts Großartiges passiert. Ich weiß, dass einige jetzt leiden, die da oben gekauft haben, erst recht. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Aber es ist dieses Standardprozedere, was der Markt im Moment vollzieht. Noch ist nichts passiert. Ist damit gar keine Chance nach unten. Ja, und die Gefahr besteht natürlich trotzdem. Und deshalb ist jetzt entscheidend, was passiert jetzt. Das, was hier passiert, entscheidet darüber, ungefähr in dieser Box, wie es als nächstes weitergeht. Kann ein bisschen höher sein, die Box so in der Richtung. Nämlich geht der Kurs jetzt wackelig hoch. Kein gutes Zeichen. Dann haben wir eine beste Voraussetzung, dass das, was wir hier vorne haben, mindestens hier hinten nochmal passiert. Wir erinnern uns, vorne so ein Schub, hinten so ein Schub, in der Mitte eine Korrektur. Stichwort Trigger ist so ein Zwischentief. Das Gleiche gilt natürlich, wenn es eine ABC-Korrektur ist. Ich mache mal die Kiste weg, die brauchen wir nicht. Dann ist natürlich das Gleiche. Das wäre der Trigger für die Short-Seite. Wichtig, das mit den Triggern. Das verstehen viele nicht. Viele sagen, ich will aber sofort rein. Ja, wollen. Ich will auch immer sofort reich werden. Das ist aber nicht das Thema. Wir sind an der Börse. Wir müssen das machen, was wir da umsetzen können und nicht das, was wir gerne hätten. So, also insofern, das müsste der Markt machen. Wenn der Markt stattdessen aber das nicht in diese Kiste wackelig hoch macht und nicht triggert, sondern hier weiterläuft, oder wir können es auch anders machen. Er läuft von mir aus auch nur einwellig hoch und wackelt nach unten. Ja, dann gilt natürlich das Bild in die Richtung und damit die Fortsetzung dieser Richtung. Und dann haben wir eine realistische Chance, dass wir sogar deutlich weiter nach oben gehen und dann alle, ja, guck mal die Fett, was haben wir damals gelacht? Nee, ganz im Gegenteil. Aber dann wird sich das Ganze in Wohlgefallen auflösen. Das heißt, zur Beruhigung aller, alles, was wir bisher gesehen haben, ist eigentlich Non-Event. Es kommt einigen nicht so vor, insbesondere, wenn man kurzfristig da oben rumgegangen ist. Aber es ist per se im großen Bild nichts passiert. Es ist ein Türchen aufgestoßen worden. Die Fett hat nochmal allen bewusst gemacht. So und so sieht es aus. Wobei, wo ist die Neuigkeit? Dass die Zett Zinserhöhungen macht, ist nichts Neues. Das wusste man auch schon vor den Minutes. Dass die Zett ihre Anlagenkäufe zurückfahren wird, ist auch nichts Neues. Dass die Gefahr besteht, dass sie irgendwann ihre gekauften Anleihen wieder auf den Markt schmeißt, ist auch nichts Neues. Bilanzkürzung, Stichwort. Dass die Renditen im Moment steigen, ist auch nichts Neues. Man blicke auf den Zins. Das ist ZN, das ist die 10-jährige US Treasury Note. Ist doch nachvollziehbar. Wenn die sinken, steigen die Zinsrenditen. Bei über 1,7 sind wir da aktuell. Also insofern kann man doch nicht sagen, das war jetzt, uh, Überraschung, gestern Abend die Minutes. Also es ist nichts Neues eigentlich hinzugekommen. Wer einigermaßen diese Zusammenhänge kennt, der sieht das. Jetzt bin ich doch fundamentalistisch geworden. Und offensichtlich sehen die Marktteilnehmer das auch so. Denn ja, es gab hier eine starke Bewegung, aber auch ja, sie ist eben noch in einem ganz normalen Marktumfeld verlaufen. Wenn die Märkte, die Marktteilnehmer jetzt nervös werden, dann wird das böse. Und wie ihr das erkennt, habe ich hier eben gerade gemalt, spult zwei Minuten zurück. Dann seht ihr es nochmal. So, Nasdaq ist etwas auffälliger. Den müssen wir dazu holen nochmal. Eigentlich ist hier auch noch nichts passiert. Auch wenn das Bild anders ist, als ich es erwartet habe. Ich hatte nämlich gesagt, Mensch, wenn er wackelig hier reinkommt oder von mir aus so A, B, C mäßig hier reinkommt, dann können wir da long gehen. Also ich glaube, den Trigger da oben, den können wir im Moment mal den Hasen geben. Aber wir sind ja auch nicht long getriggert worden. Insofern gab es auch keinen Grund zur Sorge oder Aufregung. Ja, also insofern long hatten wir ihm angeboten. Der Markt hat es nicht mitgemacht. Also kein long. Eigentlich wäre es immer schön, wenn er wackelig und möglichst irgendwo hier landet. Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Damit ist die Idee hier wackelnd und dann hoch, ja, vom Tisch. Ja, ich zeichne ja immer ungefähr diese Box. Dann sind wir unter die 78er. Das ist für mich so der Killer, wo ich sage, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann halt ohne uns. So, also, das heißt, die Kiste ist jetzt erstmal vom Eis oder die Kuh vom Eis sozusagen. Also das Bild, was ich eingezeichnet hatte, das und wackelig runter und hier triggern lassen, ist es rum. Ich glaube, es ist ja nichts passiert. Man ist ja nicht getriggert worden. So, jetzt die andere Seite. Ist damit das bullische Bild rum? Nein, denn die Korrektur kann ja auch jetzt immer noch in diesem Bild so verlaufen. Das ist zwar anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber solange der Markt hier jetzt da im Moment noch in der Abwärtsseite ist, macht es ja keinen Sinn, auf die Long-Seite zu wechseln. Aber wir kommen so langsam in die Region, wo über Long wieder nachgedacht werden darf. Das muss nicht. Ich zeichne jetzt den Trendkanal nicht, um eine exakte Linie hier zu finden. Bitte alle Linien, die wir hier zeichnen. Viele glauben wirklich daran, ah, guck mal, da ist der Beweis, da passiert irgendwie was. Nein, das sind Orientierungsmarken. Nur, dass man so ein bisschen im Blick dafür noch hat, wo haben wir denn das Tief? Ich habe eher die Frage, wo haben wir denn das hoch? Warum treffe ich es nicht? So, da ist es. Also, solange der Kurs auch hier gilt, 38 bis 61 in dieser Box bleibt. Ich hätte mir das hier vorne auch schon vorstellen können. Der war zu früh, das hatte ich aber letztens schon erklärt, mache ich jetzt nicht nochmal. Aber, der wäre in Ordnung gewesen, aber, wie gesagt, er wollte es halt nicht. So, nächster Versuch wäre jetzt immer noch hier in diesem Bereich, hier der Trendlinie vielleicht, vielleicht der Roten, vielleicht auch die Rote hier. So lange ist alles safe. Erst, wenn er auch da so massiv drunter geht, beziehungsweise diese Marke hier durchstößt, das ist 14.880 ungefähr, dann muss man sich die Frage stellen, okay, jetzt sind wir in einem komplett anderen Modus. Das heißt, die Marktteilnehmer haben die Käufe vorläufig aufgegeben und wenn sie die Flinte ins Korn schmeißen, dann muss ich ja nicht sagen, doch, doch, dann wäre der Dreh da. So lange bis dahin ist erstmal für die Längerfristigen alles safe. Und die Kürzerfristigen sind hoffentlich längst nicht mehr drin, denn wenn der Markt in die falsche Richtung geht, wüsst ihr, rausgehen, wenn ihr kürzerfristig orientiert seid. So, das mal als kurzer Überblick dazu. Es ist also noch nichts Schlimmes passiert in keinem der Märkte, auch wenn das alles sehr auffällig ist. Für die Längerfristigen ist es halt etwas, was man halt ertragen können muss an der Börse, das ist halt regelmäßig. Die Chance für weiter nach unten ist ein gutes Stück weiter aufgegangen, weil eben ein bullisches Direktszenario sozusagen vom Tisch ist. Aber es gibt noch genügend alternative bullische Szenarien, die die Möglichkeit nach oben weiter offen lassen. Folgen jetzt natürlich noch viele Nachrichten, dann kann es sein, dass der ein oder andere Marktteilnehmer dann doch den Mut verliert, die Dynamik nach unten zunimmt und wackelig nur noch nach oben geht. Und damit wäre dann das Türchen tatsächlich für vielleicht tiefere Notierungen, ich habe vorhin bis dahin gesagt, hier beim DAX zum Beispiel, da unten oder auch beim Dow Jones hier unten, das wäre dann wieder möglich. Aber im Moment ist das eigentlich kein Thema, da haben wir genügend Puffer, auch wenn der Kurs mal runterkommt. Meine Güte, wir dürfen das so im Anstieg jetzt nicht erwarten. Nee, das geht nur nach oben. Nein, das sind normale Bewegungen am Markt. So, das erstmal aus charteschnischer Sicht, das was viele jetzt im Moment bewegt. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Sorry, dass das Video ein bisschen länger war, aber das musste glaube ich mal sein.